Karin Neuhäuser ist eine deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin. Leben Neuhäuser stammt aus bescheidenen, kleinbürgerlichen Verhältnissen. Ihre Eltern kamen aus dem Sudetenland. Sie waren nach dem Zweiten Weltkrieg als Vertriebene zunächst in die Nähe von Brandenburg geflüchtet. Anfang der 1950er Jahre zogen sie mit drei Kindern nach Baden-Württemberg um, nach Renningen, südwestlich von Stuttgart. Neuhäuser war das fünfte Kind der Familie. Als sie fünfeinhalb Jahre war, starb ihr Vater. Die Mutter erzog die Kinder fortan alleine. Nach dem Abitur begann Neuhäuser zunächst ein Lehramtsstudium an der Universität Tübingen mit Pädagogik im Hauptfach sowie Englisch und Deutsch. Nach acht Semestern Studium bewarb sie sich an der Hochschule der Künste Berlin für eine Schauspielausbildung, wurde jedoch abgelehnt. Neuhäuser erhielt ihre Schauspielausbildung dann an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Ihr erstes Theaterengagement hatte sie am Schloss Theater Moos während der Intendanz von Holg Freitag. Mit ihm wechselte sie 1988 an die Wuppertaler Bühnen. Dort war sie von 1988 bis 1991 fest engagiert. Sie spielte dort Uhr, 1990 Dekasekunden Gretchen in Faust mit Josef Ostendorf als Mephisto. Es folgte ein weiteres langjähriges Festengagement am Theater an der Ruhr bei Roberto Tziuli. Unter Tziuli spielte sie Uhr, die Gutsbesitzerin Ljubo Andreev Naranjevskaya in Anton Tschechows Schauspiel der Kirschgarten. Die Inszenierung hatte im Frühjahr 1997 Premiere. Mit dieser Inszenierung gastierte sie Uhr, in Belgrad, Bogota, Sarajevo und Teheran. Weitere Engagements hatte sie an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und an der Schaubühne am Leniner-Platz in Berlin. An der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin spielte sie Uhr, die männliche Titelrolle in Richard III. In der Regie von Johann Kresnik von 2002 bis 2005 war sie festes Ensemble-Mitglied am Schauspielhaus Zürich unter der Leitung von Christoph Martala. Dort arbeitete sie unter anderem mit Isabel Osthus, Merit Marta, Christoph Martala, Stefan Pocher, Jan Bosse und Falk Richter. Sie spielte dort die Grete in die Präsidentinnen von Werner Schwab, Polina Andreevna in Tschechows die Möwe, die Männerrolle des Landvogts Gessler in Wilhelm Tell und Athene in Stefan Puchers Inszenierung der Oresti. An der Schaubühne am Leniner-Platz in Berlin arbeitete sie ab 2004 wieder mit Falk Richter und besonders mit L.O.K. Pertschewald zusammen. Zu ihren Rollen an der Schaubühne gehörten wieder Polina Andreevna in Tschechows die Möwe, Anna Petrovna in Tschechows Platono und verschiedene Rolle in L.O.C. Pertschewald's Moliere-Projekt. An den städtischen Bühnen Frankfurt tat sie von Januar 2007 bis Mai 2009 als MRS-Pitschum in Brecht-Walds die Drei-Groschen-Oper auf. Seit der Spielzeit 2009-2010 ist Neuhäuser festes Ensemble-Mitglied am Talia Theater Hamburg. Sie spielte dort bisher U.A. die Amme in Romeo und Julia, den Gerichtsrat Walter in der zerbrochene Krug F.R.L. Juliane Tesmen in Hedda Gabler und Harrohassenreuter eine Männerrolle in Die Ratten. Seit 2000 ist Neuhäuser als Theaterregisseurin tätig. An den städtischen Bühnen Münster inszenierte sie in den Jahren 2001-2002 Till Arr, Medea, Maria Stuart, Was ihr wollt und drei Schwestern. Weitere Inszenierungen machte sie am Schauspiel Frankfurt am Staatstheater Kassel und am Düsseldorfer Schauspielhaus. In der Spielzeit 2012-2013 Till realisierte sie mit Schauspielstudenten der Theaterakademie Hamburg zu deren Studiumsabschluss eine Inszenierung von »Frühlingserwachen im Talia in der Gaustraße«. In der Spielzeit 2014-2015 Till inszeniert sie Hedda Gabler am Schauspiel Köln. Neuhäuser übernahm seit Anfang der 1980er Jahre immer wieder auch Film- und Fernsehrollen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt jedoch weiterhin auf der Theaterarbeit. Zum Film kam sie durch den Regisseur Klaus Simmerich. Dieser engagierte Neuhäuser 1982 für die Rolle der Ruhrpottfrau Erna Starnik in seiner mehrteiligen Familiensager »Rote Erde«. Sie hatte seitdem immer wieder Rollen in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen »U.A.R.« In »Jahrestage« »Mein Vater« »Alle Männer sind Verbrecher« in dem Spielfilm »Mein Kampf« und in dem Kinofilm »Henry 4«. In dem Kinofilm »Emma's Glück« spielte sie die dem Alkohol verfallene Mutter des Dorfpolizisten Henna. Durchgehende Serienrollen hatte Neuhäuser als Gerichtsmedizinerin Dr. Melanie Heidmann in der Sat.1-Krimiserie »Der Elefant« »Mord verjährt nie« und als knallharte Rechtsanwältin Christine Kuller in der RTL-Fernsehserie »Die Familienanwältin«. An der Seite von Marielle Milowitsch Neuhäuser war außerdem in den Fernsehfilmen »Nette Nachbarn küsst man nicht« auf dem Vulkan »Mein Gott Anna«, »Haus und Kind« und »Rosanas Tochter« zu sehen. In dem Fernsehfilm »Bis zum Ende der Welt« der im November 2014 in der ARD-Themenwoche »Toleranz« erstmals ausgestrahlt wurde, spielte Neuhäuser. An der Seite von Christiane Hörbiger die alternde Ladenbesitzerin Brigitte König, die sich gegen die Diskriminierung und Bedrohung einer Roma-Familie in der ihr eigener Sohn verwickelt ist, wendet. Neuhäuser wurde für ihre schauspielerischen Leistungen mehr ausgezeichnet. Sie erhielt die Auszeichnung »Beste Schauspielerin«, den Theaterpreis des Verbandes Deutscher Kritiker und den Gordana Kosanovic Schauspielerpreis. Für ihre Rolle in Stefan Puchers Theater »Projekt Andersen«, »Trip zwischen Welten am Talia Theater« erhielt Karin Neuhäuser 2010 den Rolf-Mahres-Preis in der Kategorie »Außergewöhnliche Leistungen«, Darstellerinnen, Filmografie »1983«, »Rote Erde«, »1983«, »Schwestern«, »1999«, »Jahrestage«, »2001«, »Die Motorrad-Cops«, »Hart am Limit«, »2001«, »Ratten«, »Sieber«. »Wir werden dich kriegen«, »2001«, »Herz«, »2002«, »Der Elefant«, »Mord verjährt nie«, »2003«, »Mein Vater«, »2002«, »2004«, »Der Elefant«, »Mord verjährt nie«, »2005«, »Alle Männer sind Verbrecher«, »2006«, »Nette Nachbarn küsst man nicht«, »2006«, »Emma's Glück«, »2006«, »2007«, »Die Familienanwältin«, »2007«, »Blond«, »Eva Blond«, »2007«, »Auf dem Vulkan«, »2008«, »Mein Gott Anna«, »2009«, »Haus und Kind«, »2009«, »Mein Kampf«, »2010«, »Henry 4«, »2010«, »Rosannas Tochter«, »2014«, »Bis zum Ende der Welt«.